So Freunde, wir machen jetzt quasi unsere WM, die Wirftimein-WM, virtuell nach. Kann jeder für sich selber entscheiden, was er wieder macht. Ihr macht Burpees, kennt ihr schon, ja? Geht hier runter, entweder ihr berührt, einfach nur mit der Brust, oder ihr legt ab. Kommt dann wieder hoch und macht den Sprung, oder ganz geschwind, mit hinlegen, die Mähe über die Knie hoch ran. Wichtig ist wirklich, dass er mit der Brust den Boden berührt, auch wenn er nicht komplett ablegt. So und jetzt macht ihr das 24 Stunden. Das bedeutet, ihr steht früher auf, vorne Zähne putzen, die ersten 1000. Ne, beginnt gleich früh, guckt mal 3-4. Und dann guckt ihr den ganzen Tag, wann ihr wie wo immer eine Möglichkeit habt, das zu machen. Ob im Büro, ob bei Aldi, oder in der Waschanlage, ist egal. Macht so viele Burpees wie möglich, dass ihr die Urban-Burben über den Tag einbauen könnt. Wenn ihr es schafft, geht nicht schlafen, macht weiter Burpees. Ne, also guckt einfach mal, dass ihr euch da vielleicht auch ein Schema zurechtlegt, dass ihr sagt, aller 60 Minuten stelle ich mir den Bäcker, macht 20 Stück, wie auch immer. Oder ich mach's spontan. Aber guckt, dass ihr mal in der Wachzeit, die ihr habt, von 6 bis 22 meine maximale Burpeesanzahl runterreißt. Ich sage mal, selbst für Ungeübte sollten an dem Tag 300 drin sein. Ich denke, wir haben Leute, die werden deutlich vierstellig. Postet uns, schickt uns, was ihr geschafft habt. Viel Spaß, haltet euch, bis gleich. Weitungs-Offilen für fe